Ich bin Charok Charyat, ich bin der Leiter der Universitätsklinik für Urologie und der Leiter des Comprehensive Cancer Centers an der Medizinischen Universität Wien, AKH Wien. Für mich war Urologie Liebe auf den ersten Blick. Das ist eine Liebe, die bis heute sich bewährt hat oder noch gesteigert ist. Es war für mich eindeutig das Fach, das zu mir passt. Und man könnte es ja jetzt zusammenbrechen, es ist schwierig eine Liebe in Wörter zu schaffen. Sie können nicht sagen, ich liebe diese Frau, weil sie schöne Augen hat und so weiter. Das tut es nicht wirklich darstellen. Aber für mich, wenn man sich die Urologie einfach anschaut, das ist ein Fach, das extrem breit aufgestellt ist. Das heißt, wir tun Kinderbetreuung genauso wie ältere Personen. Für uns ist Lebensqualität und, würde ich sagen, Intimbereich sehr wichtig. Das heißt, die Kommunikation und die Interaktion mit dem Patienten ist wirklich das Herzstück. Wenn man von Andrologie redet, Erektionsprobleme, orgasmische Probleme, die zum Beispiel nach Operationen passieren. Und das sind Tabuthemen, die oft der Urologe der Einzige, außer der Partner ist, der es herausfindet und das ansprechen kann und wirklich dazu beitragen kann, dass der Patient ein besseres, glücklicheres und erfüllteres Morgen hat. Das ist, glaube ich, warum die Urologie so attraktiv für mich besonders ist. Das ist, glaube ich, warum die Urologie so attraktiv für mich besonders ist. Das ist, glaube ich, warum die Urologie so attraktiv für mich besonders ist. Das ist, glaube ich, warum die Urologie so attraktiv für mich besonders ist. Das ist, glaube ich, warum die Urologie so attraktiv für mich besonders ist.